heute wieder wie ihr sehen könnt eine runde asphalt legend wir sind aber ein prozent angekommen weg so wir machen das hier genau so müssen wir denn hin hier san francisco du hast alle flaggen dieses events wenn dieses spiel erneut spitz wie es keine weil er empfangen verdient ach so war ich schon drei trotzdem will ich spiel aber nicht mit dem auto kann ich hier irgendwo bis ändern dies ändert das auto kann man das in ihr ändern irgendwo hier drauf drücken ich hab doch sechs autos warum kann ich dir nicht anklicken jetzt handeln nein ich handel die doch nicht wie so wartet leute wir müssen erst das auto ändern ich hab doch sechs und dinge dann habe ich eigentlich sechs autos auch keine ahnung inventar da kommt die karriere nein dann dann gucken wir hier hier ist er doch nee das ist nicht der ich suche oder wer ist der nissan suche aber den ferrari den massa nee doch das maserati gewesen maserati 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 da ist er in farme deken so ja warum steht denn hier dass ich die schule upgraden soll So, jetzt kann ich mich nicht mehr freuen. Kann ich jetzt mit dem fahren? Ah, jetzt kann ich den auswählen. Hier. Den da. Aber das ist zwar nicht der, ähm... Der, äh... Äh, Maserati, aber egal, der Panty. Weil ich habe irgendwie noch ein anderes Auto bekommen, keine Ahnung. Der Faden ist untermotorisiert. Ne, das ist ja auch nicht der, den ich haben will. Mensch, ist schon wieder das falsche Auto. Ich muss wieder... Ich muss wieder hier Marke... Äh, ähm... In den Bussen geht es mal so auf Partie hin. Achso. Maserati, Maserati. Nissan, Porsche. Ist das das hier? Nee. Hä? Was war denn jetzt im Besitz? Fertig. Ah, ich habe nur diese vier Autos. Aber warum steht er dann sechs? Okay, dann kann ich mit dem nicht fahren. Dann nehme ich... Den, ne, weil der ist zwei Sterne. Nee. Nee, 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 nee. Nämlich lieber den. Den, okay. Müssen wir den Nissan auf jeden Fall ein bisschen aufpushen. Definitiv. Leute, fahrt auch gerne mal bei meinem Radio vorbei. Der, äh... Könnt ihr einfach erreichen, unser Laut. Und, ähm, Slash, Sandorat. Also der ist einfach ganz schlecht mit dem Kind. Okay. So, okay. Und, ähm, Slash, Sandorat. Und, gewonnen. Nice, nice. Flangenbonus? Ist doch eine Flagge. Egal. Führen, eine Flagge. Ah, ne, das Auto kann man da... Ne, kann man nicht. Okay. Ey. Ich weiß, ihr will nicht. endlich dieses auto wollte ich hier nehmen gewinne das rennen ok san francisco püste da ist der zug let's go also die höchstgeschwindigkeit ist auf jeden fall aber bei mir auto ja ich bin immer so konzentriert ich vergesse irgendwas war aber er war jetzt erster wir waren beide ich bin erster perfekt sind gefühlt gleich dort reingegangen neue season aktiviert jetzt die sind aktiviert ja jetzt haben wir fahren oder was ja haben wir es noch mal an die mir nicht antike ruinen waren position drei oder besser durch dann machen wir das jetzt so Ja, ich komme auf jeden Fall nicht an den Rang. Ja, ich komme auf jeden Fall. Ja, ich komme auf jeden Fall. Ja, ich komme auf jeden Fall nicht an den Rang. Ja, ich komme auf jeden Fall nicht an den Rang. Ja, ich komme auf jeden Fall nicht an den Rang. Ja, ich komme auf jeden Fall nicht an den Rang. Ja, ich komme auf jeden Fall nicht an den Rang. Da runter wollte ich jetzt nicht. Einfach auf den gelandet. Ich hau hier gerade jeden raus. Ja, ich bin Zweiter. Schockwellen geschafft. Ja, aber gewinnt das Rennen nicht. Egal Leute, ich hoffe euch hat dieses Video gefallen, wenn ihr anlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auch meine Twitter dabei vorbei. Habt einen traumhaften Tag. Und dann hat er euren Lust. Tschau, tschau.